Hallo zusammen, mein Name ist Marilene Agnelli, ich bin Ausbildungsverantwortliche bei der RxAG hier in Seyss. Heute möchte ich dir zeigen, welche Prüfe wir bei der RxAG ausbilden und was wir sonst noch unseren Lernenden anbieten. Unsere Lernenden starten ihre Lehre mit einem Lehrlingslager. Den ersten Tag verbringen wir in der Rx und dann gehen wir den Rest der Woche ins Lehrlingslager. Das Lehrlingslager wiederholen wir jedes Jahr und alle Lernenden dürfen mit. Aktuell bilden wir jedes Jahr zwei kaufmännische Lernenden aus, dann alle zwei Jahre einen Logistiker, alle zwei Jahre einen Kunststofftechnolog und wir haben gerade noch einen Automatiker im vierten Lehrjahr bei uns. Für die Zukunft sind noch mehr Ausbildungsplätze geplant. Mindestens viermal im Jahr führen wir zusammen mit mir eine Lehrlingssitzung, die ich als Ausbildungsverantwortliche organisieren und uns untereinander als Austausch dient. Ausserdem gehen wir auch einmal im Jahr auf eine Lehrlingsreise. Unsere Lernenden profitieren zudem von vielen Benefits, wie zum Beispiel eine Beteiligung am Laptop, einen Bücherpauschalen, gratis Kaffee, Wasser und Früchte im Haus, pro Jahr halbtags, aber vor allem von super motivierten und professionellen Ausbildenden, die die Lernenden im Berufsalltag begleiten und unterstützen zu tun. Bist auch du interessiert an einer Lehrstelle bei der EREX? Dann bewirb dich doch! Wir freuen uns auf dich!